Ja, ich bin einfach schwer enttäuscht. Ich bin einfach schwer enttäuscht. Herzlich Willkommen bei 99 Damage. Ich versuche jetzt herauszufinden, wie gut ich Mali gerne. Mein Lieblingsspiel neben Counter-Strike ist Fortnite. GTA, würde ich sagen. Das ist das einzige Spiel, wo ich ihn spielen sehe. Neben Counter-Strike. Mein Lieblingsspiel neben CS ist Fortnite. Ja, ich bin einfach schwer enttäuscht. Ich bin einfach schwer enttäuscht. Mein CSGO Idol ist simpel, weil er einfach den gleichen Spielziel wie ich hat. CS Idol müsste sein von der Spielweise her simpel. Sims? Nein, habe ich noch nie gespielt. Safe. Ich glaube, Mali hat Sims gespielt auf jeden Fall. Und hat dann versucht, die Nachbarn irgendwie abzuchecken. 100 Prozent. Stimmt, leider nicht. Ich habe noch nie Sims gespielt. Und ich glaube, ich werde auch nie Sims spielen. Ja gut, das ist nicht deine Generation. Ja, das stimmt. Neben CS gehe ich ins Fitness. Nein, das ist Fitness. Das weiß ich. Es ist Fitness. Mit Shotguns. Ja. Keine Ahnung. Also P2000? Keine Ahnung. Nein, stimmt nicht. Also Shotgun spiele ich am schlechtesten. Genau.